So, sind wir jetzt mit einem anderen Programm, jetzt mit Fraps, weil mein anderes Programm irgendwie nicht ging und den Geist aufgegeben, ist leider dann ohne Facecam, Fraps, naja, tut mir leid, kann ich nix gegen tun, kann ich nix, da kannst du, da machst du nix, das geht mir voll auf den Strich und wenn ich damit weitermache, dann habe ich gleich einen Gamer Strike, so, fangen wir mal am besten damit an. Ähm, dass ich erstmal ein Holzschwert habe, falls mich irgendjemand angreift, ähm, da brauche ich noch Werkzeuge, ähm, ne, so, perfekt, so, So, äh, so, dann, dann sehen die uns nämlich nicht, der, wenn wir da reingehen. Versteht er die Logik? Ähm, 10 Minuten muss die Folge dann noch gehen, ab hier etwa, NE555 natürlich. Aber eigentlich ist das, äh, das ist eine neue Folge, ist das. Ähm, ist, äh, ist eine neue Folge mit dieser Supermusik, die ist sexy, die... Ist das Fallout? Oder ist das Remember Me? Eins von den beiden Spielen? Naja, naja, ich kann's nicht sagen. Ähm... Ich gehe erstmal in die Tiefe. Wisst ihr ja, das ist ja das typische, äh, Prozedere bei mir. Äh... Und ich brauche einen Timer, wenn ich mit, äh, hm, das funktioniert nicht so, wenn ich das mache, äh, mit Fraps aufnehme, weil... Das ist der große Nachteil, der Fraps ist ein tolles Programm, ich sag, das ist ein tolles Programm, zumindest. Äh... Aber... Es hat keinen Karota, äh, Timer. Und, äh, das ist ein immenser, muss ich sagen, immenser Nachteil. Weil... Weil... Äh... Das geht nicht. Ich will keine zwei Blöcke springen. Also, will ich schon können, aber kann ich nicht. Äh... Ja, ist das Andesit hier. Äh... Na, auf welcher Höhe sind wir? Ah, 47. 40. Es gibt ja jetzt noch zwei Möglichkeiten, was wir... Juhu, wir sind nicht der Erste. Äh... Hashtag nicht der Erste geht hier durch die Welt. Äh, hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Ähm... So... Also, ich hätte... Ich muss schon sagen, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich nicht der Erste bin, der stirbt, aber... Ich rechne mir natürlich auch keine so guten Chancen aus, weil ich... Bin kein Minecraft-Profi. Nein, ich bin sogar eher ein Minecraft, ähm, lieber nicht. Versteht ihr so? Das ist so... Es gibt Dinge im Leben... Es gibt Dinge im Leben, die... Mach ich... Lieber. Ah, ich meine, ich schwere gerne Minecraft. Ich habe eine Minecraft-Singleplayer-Welt, die ist der Knüller ist das. Ähm... Äh, das ist, äh... Ich höre also irgendwie Geräusche, aber das sind wahrscheinlich, äh... Meine, meine... Spore in der Hölle. Watt? Ach so. Hm. Ohohoho, was ist denn mit dem Leap passiert? Ah, das ist doll. England-Wetter. Ja, äh... Ich, äh, ganz normal, hier mache meine Standard-Taktik, äh, das ist, äh... Da werde ich in so einem Spiel... Und nicht für den Abweich, ich muss ein anderes machen. Das ist mir irgendwie zu... Zu Action reicht da, da kriege ich ja gleich meinen Herz-Kollaps. Heute auch ein EKG gemacht, ne? Ganz lustig ist, äh... Es sind die Storys, die man im Let's Play erzählen muss, dass ich in EKG gemacht habe. Äh... Was ist das für eine... Ach, Alice Madness Returns. Ja, ein FPS, das ist es. Hm... Das ist der Knüller! Warum habe ich denn ein FPS? Yes! Ich, äh... Was ist denn gerade los? Das ging doch gerade flüssig auf 60. Naja, ich, äh, kann die Shader ja auch... Ausstellen. Das ist ja nicht. Dazu sind wir ja technisch in der Lage. Äh... Und ich bin gleich auf meiner Ebene. Und diesmal weiß ich... Nein, 16 ist nicht die Diamantenebene. Äh... Alter, was ist denn hier gerade mit den Frames los? Ich rieche mich gerade auf. Das funktioniert ja gerade mal mega scheiße. Scheiße. So kann ich nicht spielen, ganz ehrlich. Das ist gerade kacke. Was ist denn los? Eine Defragmentierung oder was ist los? Alter... Ich weiß nicht, was hier los ist wieder mit meiner Festplatte oder so... Fraps ist halt einfach für sowas kacke. Wieso habe ich denn so wenig Frames? Mal ganz ehrlich. Und vor allem, warum habe ich jetzt wieder so viele? Hat der das Treppen... Die steigen nicht vertragen oder was ist denn los? Alter... Die Krise, so macht das keinen Spaß. Also, so kann ich nicht aufnehmen. Ganz ehrlich, tut mir leid. Was ist denn das? Wer macht denn so einen Scheiß, Mann? Alter Junge, was ist denn das, wenn es fertig wird? Ja, da kann ich nichts machen. Super. Ja, äh... Folge ist zu Ende.